Originale Apple-Kopfhörer für unter 15 Euro? Das geht! Die Dinger hier, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Das sind AirPods der zweiten Generation. Und Apple verkauft die Dinger selbst in der zweiten Generation noch für 150 Euro. Und das hier, das sind Apples EarPods. Kabel geboten, vom Klang her aber zum Verwechseln ähnlich. Und ganz ehrlich Leute, ihr hört wahrscheinlich keinen Unterschied. Und dank USB-C oder Lightning-Adapter könnt ihr die EarPods auch an Devices nutzen, die keinen Klinkenanschluss haben. Denn denen bieten meist nur ältere Geräte. So wie mein iPod Classic zum Beispiel. Okay, transportieren könnt ihr die EarPods jetzt nicht im Case. Aber dafür sind sie etwas kompakter und ihr habt die Möglichkeit, die Lautstärke mit physischen Tasten zu regulieren oder einen Song zu pausieren. Also mit diesen AirPods hier geht das nicht. Also worauf wartet ihr noch? Auf Amazon kosten die EarPods aktuell nur 13,20 Euro. Und für mehr spannende Videos abonniert unseren Kanal OwnGalaxy. Und für andere Videos